Ich finde, du siehst toll aus in dem, was du armst. Komplimente helfen mir im Moment überhaupt nicht. Dann zieh das lange Blaue mit den Schüsselnacken. Du findest also gar nicht so toll, was ich anhabe? Doch, aber es gefällt dir ja scheinbar nicht. Na, musst du jetzt heulen? Das ist nicht dein Ernst. Weißt du, wie spät es ist? In einer halben Stunde kann er fertig in die Kanzlei eingeführt. Schau dich doch mal an, das ist lächerlich. Mhm. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020